So Leute, da sind wir. Ich muss mal hier ein bisschen was aus dem Bild machen. Autozoom hat mich. Beim dritten und vorläufig letzten Exodus Booster. Mal gucken, was wir hier drin haben. Magic Karten. Wir haben einen Mage Illweck. Für 3 Mana, 2-2 und ihr könnt eine Randomkarte abwerfen und könnt einer Kreatur am Spiele 1 Damage zuführen. Ihr habt Shackles. Für 3 Mana könnt ihr eine Kreatur verzaubern und die Kreatur enttappt nicht, während des Ertab-Segments. Und ihr könnt die für ein weißes Mana-Zug auf die Hand nehmen. Ist gar nicht mal so schlecht. Für eine Kamen, klar. Thrull Surgeon. Für ein schwarzes, ein farbloses 1-1. Für 2 Mana könnt ihr den Opfern und auf die Hand des Gegners gucken. Ihr sucht eine Karte aus und dieser Karte wirft diese Karte ab. Dieser Spieler wirft diese Karte ab. Könnt ihr nur wie eine Source reaktieren. Was ich daran sehr stark finde, ich kenne den, ist, ihr könnt damit auch ein Land wählen. Also ist echt krass. So. Avenging Druid. Für 3 Mana 1-3. Und immer wenn ihr mit einer Kampfstein zufügt, könnt ihr eine Karte von eurer Bibliothek vorzeigen. Also so lange vorzeigen, bis ihr ein Land vorzeigt. Also oben von eurem, vom Top of euer Deck. Von oben, vom, vom, vom. Wie heißt denn das? Von oben von eurem Deck runter abzeigen. Bla, egal. Und dieses Land kommt dann ins Spiel und alle anderen Karten kommen dann mit in den Friedhof. Auch eine sehr, sehr starke Karte. Kann man sehr geil abusen. Habe ich jetzt im Deck drum gesehen. Dann haben wir eine Shadow-Kreatur. Und zwar den Thalcors Scout für 3 Mana 2-1. Und ihr könnt eine Karte aus eurer Hand abwerfen und könnt ihn auf die Hand wieder zurücknehmen. Das ist ziemlich cool. Durch Shadow ist er halt meistens unblockbar. So. Dann haben wir hier ein Mantical Rage. Für ein rotes, ein farbloses, verzaubert eine Kreatur. Und die verzauberte Kreatur kriegt plus 2, plus 2 und kann nicht blocken. 4-Bit für 2 blaue, ein farbloses, ist es ein Spontan-Zauber, mit dem ihr einen Zauber-Counter könnt. Counter-Target-Spell. Und ihr könnt zwei zusätzliche Karten abwerfen und den Bei-Backen. Das bedeutet, er geht nicht auf den Friedhof, sondern geht direkt auf die Hand zurück. Dann haben wir hier einen Treasure-Hunter. Für 3 Mana 2-2. Und wenn er ins Spiel kommt, könnt ihr ein Artefakt aus seinem Friedhof wieder auf die Hand nehmen. Ist einfach nicht schlecht. Also für die damalige Zeit nicht schlecht. Mock-Assassine für 3 Mana 2-1. Komischer Goblin. Ihr tappt den, wirft eine Münze. Und wenn ihr den Münzwurf gewinnt, zerstört ihr eine Kreatur, die den Gegner kontrolliert. Ansonsten zerstört ihr eine Kreatur, die der Gegner sich aussuchen darf. Das kann übelst backfeuern. Und wir haben Pitspawn. Das ist ganz cool, davon haben wir nämlich einen. Jetzt haben wir den zweiten davon. Für 7 Mana 6-4 Erstschlag. Ihr müsst zum Vergehen eures Versorgung zumindest 2 Schwarze bezahlen. Sonst wird er geopfert. Und immer wenn der eine Kreatur Kampfschaden zufügt, wird die Kreatur aus dem Spiel entfernt. Das ist besonders stark eben durch das Erstschlag, weil damit nehmt ihr jegliche Arten von Kreaturen erstmal raus. Ist einfach, 1 gegen 1 gewinnt er gegen jede Kreatur. Der kann einen Emrakul fertig machen, wenn der Gegner damit einen Emrakul blocken würde. Wäre aber dämlich für ihn. Dann haben wir Aether Tide. Für ein blaues und X. Ihr werft X Kreaturenkarten aus eurer Hand ab. Und ihr könnt X Kreaturen auf die Hand ihres Besitzers zurückgeben vom Feld. Ist jetzt nicht so die Emrak-Karte, wenn ihr mich fragt. Dann haben wir Funerace Brood. Für ein rotes und 3 Mana. Also für 4 Mana insgesamt. 3-3. Und für ein rotes kann eine Kreatur in diesem Zug nicht regeneriert werden. Das ist echt stark, weil es halt das Regenerieren verbietet. So, dann haben wir Charging Paladin. 3 Mana, 2-2. Wenn er angreift, kriegt er bloß 0, bloß 3. Stabil. Und Death's Duet. Das ist noch nicht unsere letzte Karte. Death's Duet, 3 Mana, Hexerei. Ihr könnt bis zu 2 Kreaturen, also ihr müsst genau 2 Kreaturen aus eurem Friedhof zurück auf die Hand nehmen. Ist stabil. Und Jackalope Heard. Für 4 Mana, 4-5. Und immer wenn ihr einen Zauber spielt, bringt ihr die zurück auf eure Hand. Ist jetzt nicht der Imba-Booster. Für mich persönlich, ich finde den halt richtig cool, weil der ist richtig cool. Der ist richtig cool, vor allem jetzt einen zweiten zu haben. Das macht die Karte wieder ein bisschen spielbarer. Naja, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Wertung da. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.